so hi und hallo mal wieder das ist ein sogenanntes wunschvideo und zwar von mia and me das offizielle fanmagazin das ist die nummer 8 2016 für 3,50 euro und was gibt es dabei freundschaftsringe in smetterling style das sind jetzt die ringe da kommen wir gleich näher zu jetzt erst mal in das magazin drin herumblättern sonst gibt es wieder schlechte kritiken gibt es meistens auch sowieso von jungs aber einige von euch möchten das gerne sehen die haben daraus ein wunschvideo gemacht also kommen wir doch die sache näher ihr seht die ami geschichte gewinnspiel rätsel poster stundenplan ein größeres poster entschuldigung der rest von stundenplan nehmen wir das poster mal raus so das ist ganze stundenplan schön bunt gehalten werbung nächste comic einlage gewinnspiel was von ausmalen wissenswerte wie man einen bilderrahmen selber macht oder gestaltet rätsel spaß wie ihr seht in das nächste heft lineal radiergummi bleistifte also das war mia and me das offizielle fanmagazin die nummer 8 2016 für 3,50 euro mit freundschaftsringe in schmetterling style und was da jetzt hinter steckt das schauen wir uns mal an das sind ja fünf verschiedene und wer das magazin schon hat möge mir gerne kommentieren was er davon hält ihr seht es ist reinste gummi bei mir passen sie nicht drauf aber ich werde es euch natürlich alle präsentieren na so ich hoffe ihr könnt es alle schön erkennen richtig bunt quietschige farben sind es auf jeden fall wie ihr seht fünf gummi freundschaftsringe wer das magazin hat möge mir gerne unten kommentieren was er davon hält so und das war es nun fünf freundschaftsringe in das offizielle mir ein fanmagazin und sage deswegen wie immer bis demnächst ups der fliegt weg guckt hin und schaut zu wo wo tenho wo 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 fields go wo wo wo